Guten Tag, hier stehen drei alte weiße Männer und eine alte weiße Frau. Wir stehen vor dem Projekt Housing First, das kennt ihr schon, wenn ihr unsere Videos gesehen habt. Dich würde man vielleicht wiedererkennen, aber dich nicht. Wer bist du? Ich bin der Neue, ich bin der Heiner Strang und bin der neue Geschäftsführer im Fringstreff, der Träger des Housing First Projektes. Was ist der Fringstreff? Der Fringstreff ist eine Begegnungsstelle für Menschen mit und ohne Wohnung, wo wir uns alle auf Augenhöhe begegnen, wo es mittags leckeres Essen gibt, wo es Sozialberatung gibt und wo sehr coole Leute arbeiten. Was gibt es heute zu essen? Heute gibt es zu essen Chicken Wings und beim vegetarischen Gericht muss ich es leider passen. Herbsen. Wozu braucht ihr eine soziale Beratung? Also welche Sorte soziale Beratung bietet ihr? Ja, das könnte zum Beispiel sein, Sozialberatung in Sachen Schulden, die heute ist. Da sind sogar auch noch meines Wissens, ich glaube ein Termin ist sogar noch frei. Dann beraten wir zum Thema Sozialleistungen, welche Ansprüche habe ich und natürlich auch zum Thema Wohnungslosigkeit und eigentlich zu allen Lebenslagen, die so vorkommen können. Haben denn wohnungslose Menschen Schulden? Sind die nicht sowieso Privatinsulden? Ja, die haben sehr oft auch Schulden, die wohnungslosen Menschen. Das Problem ist halt, dass wenn sie auf der Straße leben, die ihre Post nicht mehr bekommen. Es sei denn, sie haben eine postalische Erreichbarkeit bei uns oder bei einem anderen Träger der Sozialarbeit. Ja, die haben sehr oft leider auch Schulden, aber da können wir dann auch gerne weiterhelfen. Sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen, Schuldenerberatung auch für Menschen, die eine Wohnung haben. Es gibt auch genug Leute, die da aus ihren Schulden nicht mehr rauskommen. So, dich kennen wir zwar schon, aber ich weiß nicht, wir haben dich, glaube ich, hier noch gar nicht vor dem neuen Büro gezeigt. Ne, wir haben uns vergrößert. Wir sind gewachsen und wir gedeihen sozusagen als Projekt. Ja, du bist ja eigentlich Wissenschaftler. Jetzt machst du aber was Angewandtes. Wie kommt das? Ja, soziale Arbeit ist ja auch eine angewandte Wissenschaft. Das heißt, wir nehmen wissenschaftliche Erkenntnisse und machen damit ein Projekt, was Housing First nennt, was sozusagen Obdachlosen wieder Wohnungen verschafft und orientieren uns in unserer Arbeit sehr stark an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also es geht nicht um Glauben und Meinen, sondern um Wissen und das in die Praxis anzuwenden und deswegen klappt das sehr gut. So, Housing First heißt zuerst eine Wohnung. Ja. Was hast du da wissenschaftlich und viele andere Menschen auf der Welt erkannt? Dass es einfacher und besser ist, einem Obdachlosen erst eine Wohnung zu geben, eine sichere Wohnung und von dort aus die Probleme so anzugehen, wie die Menschen das für richtig halten, anstatt ihnen erst eine Wohnung am Ende einer Hilfe anzubieten. Also lieber mit den Menschen sprechen und sie sich selbst helfen lassen mit Unterstützung, anstatt ihnen zu sagen, was sie tun und lassen wollen. Was heißt denn am Ende einer Hilfe? Was wäre denn eine Hilfsmaßnahme, die abgeschlossen sein muss? Zum Beispiel, dass man keine Drogen benimmt oder was ist damit gemeint? Ja, das wird häufig so gefordert. Keine Drogen mehr nehmen, du musst die Entschuldung machen, du musst in der Gruppe erstmal wohnen und zeigen, dass du wohnen kannst und so. Das hat sich so eingebürgert über 100 Jahre ohne wissenschaftliche Erkenntnisse und vor 30 Jahren hat man rausgefunden, ist Quatsch, ist besser, wenn man mit der Wohnung anfängt. Und das praktizieren wir hier mit großem Erfolg und mit Freude auch. Und du hast zwei Äpfel dabei? Ich habe zwei Äpfel dabei. Das sind wir bei deinem Fringstreff, da gibt es ein gutes Essen. Was kostet das Essen bei euch? Das Essen kostet entweder 2,40 Euro oder 4,80 Euro, je nachdem, ob die Menschen einen Kölnpass haben oder nicht. Ja, ich habe da auch schon mal mitgekocht. Das war sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch die Ines hier stehen. Ines, du hast, ich habe die gerade gesehen, wenn du im Kai gesprochen hast über seelische, wie man das früher nannte, oder geistige oder sonstige Erkrankungen, die dazu führten, dass man von der sozialen Leit darunterfällt. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, dass es auch viele Autisten gibt, die tatsächlich auf der Straße landen, weil sie halt von den ganzen sozialen Anforderungen total überfordert sind. Also viele haben ja total Panik, irgendwelche Anträge auszufüllen oder irgendwelche Besuche zu machen bei den Ämtern. Und dann fallen sie natürlich irgendwann hinten runter, also kriegen nicht mal Arbeitslosenhilfe, weil du musst ja auch erstmal den Antrag schreiben, um Arbeitslosenhilfe zu kriegen. Und wenn sie davor Angst haben, dann gibt es halt auch wirklich keine Hilfe. Und ich kenne auch persönlich zwei Autisten, die tatsächlich für längere Zeit auf der Straße gelebt haben und jetzt wieder aber gut ins Leben integriert sind, weil sie wieder Hilfe bekommen. Wie kann man euch erreichen? Indem man uns einfach eine E-Mail schreibt, fringstreff.de, googeln. Dann findet ihr alle unsere E-Mail-Adressen und dann einfach ohne großes Tamtam schreiben und dann melden wir uns so schnell, wie wir können. Und hier nicht einfach aufschlagen, hier in der Landsbergstraße, da gibt es Bürozeiten. Der fringstreff hat auch nicht immer auf, aber länger auf möglicherweise. Genau, wir haben heute bis 17 Uhr geöffnet, also bei uns kann man gerne morgens ab 9 Uhr vorbeikommen. Genau, dann gibt es auch einen Kaffee, da gibt es dann Sozialberatung und ab Mittags um 12 auch was zu essen. Und sonntags? Leider nicht, sonntags haben wir leider nicht geöffnet. Aber es gibt ein Obdachlosenfrühstück, das bei uns stattfindet, das organisiert jemand anders, aber auch am Wochenende gibt es ein Frühstück für Obdachlosen. Wo ist das? Auch bei uns im Fringstreff in unseren Räumlichkeiten haben wir von jemand anderem organisiert, sodass man auch am Wochenende etwas hat. Sehr, sehr gut. Und worüber wir nicht reden wollen, ist, dass die Stadt, Köln, Schwierigkeiten hat, das Ganze zu finanzieren. Wir möchten da ein bisschen euch den Geld dann zudrehen, da sind wir gegen. Ja, genau. Also wir haben das erprobt und wunderbar praktiziert und jetzt will man eigentlich an uns auch rumkürzen. Aber wir arbeiten ja aus gutem Grund so, wie wir arbeiten und das würde unsere Arbeit ziemlich stören und gefährden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn die Stadt Köln uns den Hahn nicht abdreht, weil wir eigentlich sehr, sehr viele Nebenkosten von Obdachlosigkeit auch einsparen. Ja, nicht nur das, sondern, das sollte man vielleicht mal dazu sagen, also Menschen, die auf der Straße leben, werden natürlich oft auch versorgt, weil die nicht in gutem Gesundheitszustand sind. Das kostet super viel Geld, also wenn wir jetzt unbedingt von Geld reden müssen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die Stadt ist eigentlich verpflichtet, die Menschen unterzubringen. Ja, die Stadt ist verpflichtet, die Menschen unterzubringen, was häufig in Einfachhotels erfolgt, was aber eine sehr teure Form der Unterbringung ist. Also in Wirklichkeit ist das viel teurer, als einfach den Laden hier am Laufen zu halten. Also unterstützt den Wringstreff, wir müssen weiter arbeiten. Genau, wir gehen jetzt eine Wohnung für jemanden suchen, der auf der Straße lebt und der schnell eine Wohnung bekommen soll. Sehr, sehr gut. Drück uns die Daumen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.